Moin Moin aus Kiel! Warum ich dieses Trikot trage während dem Training, ist eine tolle Aktion von Biethoek und der DKB Handball Bundesliga. Ihr könnt dieses Trikot nämlich am 4. Dezember ersteigern. Das kleinste Gebot gewinnt. Also viel Spaß dabei bei Bieten. Jedes Gebot ist eine Spende und den Initiatoren übrigens Kompliment. Und Piet, was sagst du dazu? Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!